Hallo, ich bin Wowis. And I am Cleo. Willkommen an unserer Schule. Yes, welcome to the GSIS. Gehen wir, let's go. Ich bin Jayden. In welcher Klasse gehst du denn? In den Kindergarten. Was machst du gerne in den Kindergarten? Murmelband spielen und Klötz und Kappen. Klash. Hallo Anna, was ist eigentlich das besondere Ding an unserem Kindergarten? Das Besondere an unserem Kindergarten ist, dass wir eine kleine familiäre Schule sind mit ganz vielen internationalen Familien. Wir legen großen Wert auf eine ganzheitliche Erziehung und Bildung. Hallo, was ist dein Name? Ich bin in Klasse 1 und habe als letztes bis 100 gerechnet. Und ich habe lesen gelernt, darüber freue ich mich ganz schön. Und mein Lieblingsbuch ist Snöfrid. Die German Swiss International School ist eine von 140 Auslandsschulen in der ganzen Welt und die einzige in Westafrika. Das Besondere an der German Swiss International School ist, dass wir Kinder von der Nursery bis zur 10. Klasse hier haben. Und in Zukunft wollen wir beide Abschlüsse auch anbieten, den mittleren deutschen Schulabschluss und den Cambridge-Abschluss anbieten. We have some subjects taught in English and some in German. We also learn in small groups, so the teachers can help us individually during the lesson. Was gefällt dir am meisten an unserer Schule? Wir haben ein gutes Verhältnis mit den Lehrern und ein familiäres Verhältnis, weil wir so klein sind. Ich mag auch die Unterrichten, besonders die Biologiestunde, weil wir über spannende Themen reden. Und ich gehe auch gerne schwimmen. Die Schwimmstunden sind toll. Wir Lehrer, Schüler, das Board und die Schulleitung arbeiten eng zusammen und wollen alles tun, damit die Kinder gut vorbereitet sind auf das Leben nach der Schule. Wir laden Sie ein, kommen Sie vorbei, schauen Sie sich die GSIS an und Sie sind herzlich willkommen. Auf Wiedersehen! Der Wieser School! Wir hoffen, das hat euch gefallen. Tschüss! Tschüss!